Impro-Gedicht zum Montagsplausch, die dritte. Lena und Leon sind heute aufgewacht und haben sich etwas gedacht. Sie wollen heute mal wieder plauschen und dabei Gedanken tauschen. Drum sitzen sie im Studio jetzt. Bis euch das Gehör wegfetzt. Der Montagsplausch Ein Podcast aus dem Schatten der Horcruxe mit Lena Schmidke und Leon Stiel. Ey, Lena, dafür, dass der dritte Versuch war, würde ich sagen, gar nicht schlecht und niemand auf der ganzen Welt darf jemals die anderen zwei Anfangs-Improvisationsversuche zu hören bekommen und damit hallo, liebe Lena, hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hallo, lieber Leon, hallo, liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zurück beim Montagsplausch. Wir haben gerade versucht zu improvisieren und einiges ist schiefgegangen, aber was im Studio passiert, bleibt im Studio. Ja, wir sind wieder da mit einer neuen Folge Montagsplausch. Wir werden heute weiter durch Harry Potter und der Schatten der Horcruxe gehen. Wir befinden uns immer noch in der Vergangenheit von Xenophilius Lovegood. Überraschung, wir befinden uns immer noch in Kapitel 4. Aber ich sehe mit großer Freude, dass wir eine treue Zuhörer und Zuhörerinnen schafft haben. Das ist so eine Zahl, die sehr gleichbleibend ist und dafür schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr uns hier begleitet. Es gab jetzt etwas länger keine Folge. Das lag daran, dass Lena umgezogen ist. Es gab einen Krankheitsfall, da konnten wir nicht aufnehmen. Aber wir versuchen immer, alle zwei Wochen eine Folge rauszubringen und diese Priorität haben wir. Aber ihr kennt das ja im Leben. Manchmal kriegt man das nicht alles hin. Ja, Lena, erzähl doch mal kurz, wie geht es dir? Ein kurzes Update. Ja, mir geht es wieder gut. Ich hatte eine fette Mandelentzündung und dann hatte ich einen fetten Umzug und jetzt habe ich Augenringe bis zu den Knien. Aber trotzdem Energie, weil so eine Veränderung im Leben gibt einfach auch immer Kraft. Das ist gut, dass es Kraft gibt. Ja, manchmal kann ja so eine Entscheidung dann, dass man dann doch plötzlich in einer neuen Gegend ist und denkt so, oh nee, doch nicht so schön. Aber ja, mir macht Veränderung auch oft mehr Spaß, weil es so, ja, weil so Neuanfänge mich auch immer ermutigen, andere Sachen zu verändern und so. Ja, Leute, ansonsten ist es so, dass wir bei Mo Entertainment gerade viel zu tun haben. Für die Leute, die diesen Podcast hier hören, wenn er rauskommt, werden vielleicht merken, dass wir ja in verschiedenen Richtungen etwas weniger nach außen hin aktiv sind. und weil wir hier auch immer so einen kleinen Einblick gewähren in das, was wir gerade so machen, ist einfach so, dass wir bei Mo Entertainment glücklicherweise an einem Punkt angelangt sind, wo wir uns Fragen stellen, wie es, ja, die nächsten Jahre weitergehen kann. Und wir haben die letzten Jahre immer sehr, ja, auf gut Glück mal losgearbeitet. Es hat immer irgendwie funktioniert. Aber inzwischen sind wir so eine, ja, fast so eine kleine Firma geworden oder wollen uns in vielerlei Hinsicht auch verbessern und nicht mehr nur so ein paar Dude sein, die irgendwie hier und da mal was machen. Und deswegen ist gerade auch viel Zeit, geht darauf, Struktur zu schaffen und uns auch zu fragen, was wollen wir und in welche Richtung soll das gehen? und da geht gerade viel Zeit drauf. Aber es passiert hinter den Kulissen sehr viel. Ein großes, großes Projekt gerade von uns ist die neue Eberkopfbox. Und in dieser Eberkopfbox wird es auch über 100, ja, ich kann, glaube ich, inzwischen sagen, über 120 Minuten Zusatzmaterial geben von, ja, Leonora Spots. Und Lena, du hast einen kleinen Ausschnitt schon zu hören bekommen, denn den produzieren wir gerade. Lorde. Ich finde es ja immer so schwierig, uns selber zu loben, aber ich glaube, das sage ich gefühlt jede Folge. Das sagst du jede Folge, ja. Aber ich mache es trotzdem, weil dafür ist vielleicht hier auch einfach der Raum, weil man ja hier über die Projekte sozusagen spricht. Und wenn ich es nicht gut finden würde, was wir machen, wozu würde ich es dann machen? Und dieses, ich glaube, diese 120 Minuten Extra-Material-Hörspiel vom Feinsten ist super magisch und wird euch, glaube ich, gut gefallen, weil es euch komplett in diese Welt reinzieht. Und also ich habe diesen Schnipsel gehört und hatte Pippi in den Augen, Gänsehaut und hatte, ja, auch Tröpfchen in der Hose. Also da wird einiges passieren. Okay, let's go. Also, ja, also mir hat es auch, Lena und ich haben dafür schon im Studio Aufnahme gemacht. Ich habe halt angefangen, jetzt es zu produzieren, also Sounddesign. Johannes wird noch Musik beisteuern und ihr werdet bald alle die Möglichkeit haben, in die magische Welt nochmal auf eine etwas andere Art und Weise abzutauchen. Und wir werden euch auf unseren Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden halten und wahrscheinlich auch hier, wann es damit, wenn es da Neues gibt. Denn das Ganze läuft unter dem Motto Eberkopfbox. Und ja, so viel dazu. Aber jetzt geht es erstmal mit unserem Podcast-Inhalt weiter, denn wir warten hier durch Harry Potter und der Schatten der Horcruxe. Ja, als ich mir hier ein bisschen durchgelesen habe, worum es heute gehen soll, also wo wir jetzt weiterhören, muss ich schon sagen, umso länger der Abstand ist zwischen dem, wo wir das alles geschrieben haben und jetzt muss ich sagen, alter Schwede, was war da los mit uns? Ich finde, es macht total Spaß. Es macht total Spaß, aber ich merke auch, wie viel ich verdrängt habe. Sorry, das wollte ich nur einschieben. Also ich habe echt auch viel verdrängt von dem, was wir geschrieben haben und das finde ich immer so spannend. Aber sorry, sag du gerade nochmal, was du gesagt hast. Na, ich finde, je ferner der Schreibprozess ist, desto mehr ist das eine andere Person für mich, die das geschrieben hat. Oder sind das andere Personen und desto mehr kann ich da irgendwie von außen drauf gucken und das nochmal so voll genießen, weil es ist nicht mehr so ich, sondern es ist so ich von vor anderthalb bis zwei Jahren und deswegen ist es irgendwie wieder ganz lustig. Ja, und ich versuche auf jeden Fall auch immer ein bisschen, mich da hinein zu versetzen, was wir in den Momenten gedacht haben, was da für eine Situation geherrscht hat, als wir genau diese Sachen geschrieben haben. Das fällt manchmal schwer, manchmal ist es eine Herausforderung, manchmal funktioniert es sehr leicht und diese Herausforderung werden wir uns jetzt stellen, denn wir hören weiter. Wir sind... Ich will ganz kurz... Ja, genau. Was? Ich will ganz kurz noch zwei Sachen sagen, bevor du auf Start drückst. Ich wusste nicht, ob die jetzt schon wieder... Ich wollte nur kurz noch sagen, wo wir uns gerade befinden, aber vielleicht kannst du das ja auch machen. Nee, mach du ruhig. Genau, also im letzten Part haben wir ja gemerkt, Xenophilus wacht auf. Er hatte eine komische Nacht, wo einiges passiert ist und er wacht auf und als Zuhörerin merkst du schnell, er kann sich irgendwie nicht mehr genau erinnern. Er schiebt es auf Feuerwhisky, sein seltsames Gefühl. Er hat irgendwie ein Stechen im Kopf und ist höchst verwirrt, kommt im Zaubereiministerium an, begegnet dort einer holländischen Kollegin und dann ist er dort und dann hören wir jetzt mal, wie es mit ihm weitergeht und seinem angehenden Gedächtnisverlust, kann man schon so sagen. Und ja, für alle, die das Format zum ersten Mal hören, ist es klar, also wenn ihr das Kapitel noch nicht kennt oder die Kapitel bis dahin noch nicht kennt, dann seid euch bewusst, dass es hier Spoiler gibt ohne Ende. Wir hören das ja zusammen und reden darüber, wenn ihr es noch nicht kennt, hört es euch lieber erst mal in Gänze an, bevor ihr uns drüber brabbeln hört. Genau. Und wir hören jetzt an dieser Stelle weiter und wenn es was gibt, unterbrechen wir. Viel Spaß. Viel Spaß. Was gefiel ihr? Die U-Bahn oder er? Als er aus dem Fahrstuhl stieg und mit gesenktem Kopf durch die zweite Tür auf der rechten Seite des Ganges schlüpfte, blieb er plötzlich wie angewurzelt stehen. Vor ihm saßen zwei Zauberer in einem mit ausgestopften Tieren bis zur Decke behangenen Büro, hingen jeweils über einer dampfenden Schüsselsuppe und stierten Xenophilius entgeistert an. Ähm, ja, bitte? näselte der eine, hinter dem Schreibtisch sitzende Zauberer pikiert. Äh, äh, ähm, Xenophilius blinzelte kurz. Äh, ähm, was machen Sie in meinem Büro? Der andere Zauberer, der seine Suppe bereits in vielen Sprenkeln, auf seinem Hemd und in seinen Bart verteilt hatte, lachte pfeifend auf. Und wo soll dann unser Büro sein, junger Mann? fragte er amüsiert. Das ist doch hier der fünfte Stock. Ich bin der, äh, ich arbeite hier in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Presse, ähm, Presse, ich bin Presse. Sein Kopf begann plötzlich wieder zu stechen. Äh, er ist Presse? lachte jetzt der Bekleckerte. Und ich bin Tiere. Jetzt begann auch der andere Quieken zu lachen und sagte, Äh, 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 sie sind hier aber im vierten Stock. Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe. Xenophilius murmete schnell noch eine Entschuldigung, wandte sich schleunigst um und ließ die beiden lachenden Zauberer in dem Raum voller toter Tierwesen zurück. Ja, diese Szene, wo Xenophilius hier gerade ins falsche Büro geht, ähm, hat natürlich mehrere Gründe. Also einmal den Grund, um seine Verwirrtheit zu zeigen, dass er ja irgendwie gerade mit dem Kopf auch woanders ist. Aber auf der anderen Seite, ich krieg's nicht ganz zusammen, aber J.N.K. Rowling hat auch irgendwann mal bei Harry Potter die, äh, ja, die, die Büros an unterschiedliche Orte geschrieben in ihrem Buch. Und das ist auch so ein bisschen eine kleine Hommage daran. Ähm, ist uns das eigentlich nicht auch passiert, dass wir mal ein Büro... Auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn wir im Zaubereiministerium unsere Geschichte haben spielen lassen, musste ich fünfmal nachgucken, was jetzt wo ist. Und ich hab's auch immer wieder vergessen. Es ist ein bisschen so, als würden sich die Stockwerke auch ändern, was auch was Lustiges wäre eigentlich. Ja, weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind in der magischen Welt und Lena und ich sind ja auch in dieser magischen Welt und für Leute, die hier zuhören und vielleicht Muggel sind, also falls wir Muggel haben, die zuhören, Leute in der magischen Welt hat alles seine eigene, ja, seine eigene... Dynamik. Und eigene Dynamik. Das heißt, wenn mal ein Büro plötzlich woanders ist, dann ist das halt so. Das verstehen Muggel nicht. Aber Büros haben da auch ein Eigenleben und das muss man halt verstehen. Leute, ihr habt in eurer Fanfiction 20.000 Fehler. Ja. Ist die magische Welt. Hat ein Eigenleben. Genau. Das ist die beste Ausrede, die wir jetzt immer benutzen. So machen wir es uns schön leicht. Ja, aber so ist es natürlich auch. Es ist natürlich keine Ausrede. Ja, und auch ein kleines Gimmick. Einfach die beiden Typen, die ihre Suppe essen, in einem Zimmer voller ausgestopfter Tiere. Genau. Ist irgendwie auch ein lustiges Bild, finde ich. Und ist wieder, das habe ich ja in den vergangenen Folgen angesprochen, das werde ich in solchen Stellen auch immer nochmal erwähnen, es geht bei solchen Sachen auch total darum, die Welt leben zu lassen und sowas gehört einfach dazu, dass man solche kleinen Side-Stories miterzählt, um ja, alles ein bisschen mehr zum Leben zu entfachen. Und ich merke aber auch, wenn ich das jetzt gerade so höre, im Studio war ich bei dieser Szene etwas gestresst. Das höre ich in meiner Stimme. Ja, finde ich gerade... Oh, wow. Ja. Ich höre das nicht. Nee. Ach krass. Ja, ich schon. Ja. Aber das würde jetzt zu schiefgreifen, warum ich es höre, weil das ist einfach wahnsinnig technisch. Aber das höre ich so ein bisschen an dem Schnitt, wie ich geschnitten habe und auch an der Geschwindigkeit. Ich fand es teilweise zu schnell. Ach, es sind so... Ah. Ich höre da natürlich auch nochmal mit einem anderen Ohr. Aber sowas macht mir natürlich auch immer sehr viel Spaß, dann solche kleinen Figuren einfach auch ein bisschen ulkig zu sprechen und ja, diesen... Also diesen Moment, wo Xenophilius da gerade sagt, ich bin Presse, das ist natürlich auch im Studio immer eine große Herausforderung, weil wenn man sowas schreibt, also sowas auf dem Papier steht, natürlich da relativ einfach da, aber das dann so zu spielen, dass es halt irgendwie ein bisschen organisch klingt, also diesen Witz hinzubekommen, ich bin Presse, das war auch eine schöne Herausforderung, so und dass der andere Zauberer dann den Witz da machen kann, so ja und ich bin Tiere. Das sind dann beim Schreiben immer schöne Ideen und lustig und im Studio ist es dann immer eine Herausforderung, aber eine geile, also weil es halt total viel schauspielerisches Element bedarf und dem stelle ich mich dann immer sehr gerne. Was er damit sagen will, Lena schreibt immer ganz munter irgendwelchen Kram und ich muss ihn dann umsetzen. Aber mit Riesenfreude. Ja, ja, ich weiß. Wir hören weiter. Ja. Endlich in seinem Büro im fünften Stock angelangt, atmete er auf. Von Regina war keine Spur. Sie musste in der Mittagspause sein, doch ihr süßliches Parfum hing wie eine unterschwellige Bedrohung immer noch in der Luft. Pressebeauftragter. Warum war ihm das eben nicht eingefallen? Er musste echt mal ein Wirtchen mit Arthur über diesen Whisky wechseln. Xenophilius ließ sich auf seinen kleinen Schemel sinken und begutachtete den Stapel Papier, den Regina auf seinen Schreibtisch hinterlassen hatte. Mit fein säuberlichen Großbuchstaben hatte sie eine Notiz beigelegt, auf der Bis morgen durcharbeiten stand. Dazu hatte sie noch eine kleine Uhr gezeichnet, deren Zeiger sich ununterbrochen im Kreis drehte. Den Blick auf die kleine Ja, es sind auch so Momente, die ich ja krass liebe. Das sind, das muss man sagen, das hat Lena ganz oft, so diese diese Detailverliebtheit, dass dann so eine Notiz da ist und eine magische Notiz von einer Regina Kim Korn geschrieben, ist natürlich dann auch noch so eine kleine Uhr, die sich ganz schnell dreht, um zu zeigen, hier, wir haben Stress, wir haben Stress. Total, total schön. Und was mir auch anfällt, Regina Kim Korn ist eigentlich eine sehr, sehr geile Figur. So irgendwie Ja, ne? Ja, weil wir haben ganz oft so knauserische, knauserische, heißt es knauserisch oder knauserisch? knauserisch, und ich will immer sagen, gut, dass ich Sprecher bin, knauserische, männliche Figuren, aber wenig so knauserische, weibliche Figuren, weißt du? Und irgendwie ist es cool, so auch eine weibliche Figur so zu haben, fällt mir da nur auf. Ja, schade, dass sie jetzt eigentlich in unserer in unserer Zeit schon sehr, entweder sehr, sehr alt oder verstorben ist, oder? Da müssen wir uns vielleicht noch überlegen, vielleicht gibt es sie ja noch. Oh Gott, vielleicht ist sie diese ganz alte, die irgendein Gehalt ist. Oder haben wir sie nicht nochmal irgendwo, also nicht als Figur, aber dass über sie gesprochen wird in der Fanfiction? Ähm. Ja, ja, ja. Wo denn? Wo denn? Hermine kommt doch, oder? Hermine, ach ne, Hermine trifft sich ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel man jetzt schon verraten kann, egal, okay. Nee, sie trifft sie. Aber, ja, ich weiß, aber es wird dann trotzdem über sie gesprochen. Aber wo bist du denn jetzt gerade? Also, Hermine trifft sich mit? Rita. Ja. Und sie sprechen aber über Regina. Aber warum das denn? Naja, weil es ja darum ging, was Regina über Xenophilius zu sagen hat und über Skifter. Ah, ja, 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 okay. Huiuiuiuiuiui, da muss sie ja schon sehr alt sein. Ey, Leute, ein, äh, ein weiteres Geheimnis, das, äh, in der Zukunft dieser Fanfiction eventuell gelöst wird. Mal sehen, wie wir damit umgehen. Weiter geht's! Zeichnung geheftet, verharte Xenophilius. Trotz stechendem Kopf blieb ihm nichts anderes übrig. Er musste sich an die Arbeit setzen. Als er gerade an einer Rede des Zaubereiministers für die Eröffnung einer neuen Auffangstation für gestrandete Wassermenschen feilte, klopfte es plötzlich an der Tür. Xenophilius fuhr hoch und sortierte hastig, mit der Befürchtung gleich auf seine Kollegin Regina zu treffen, seine Pergamente. Äh, ja, sagte Xenophilius. Langsam wurde die Tür aufgedrückt und vor ihm erschien die schmale, großgewachsene Gestalt Rosemary's. Filius, du bist da! sagte sie beruhigt. Ja, kurz nur zur Einordnung. Rosemary arbeitet auch in der Mysteriumsabteilung. Er ist eigentlich eine Kollegin von Theodos Gifter. Xenophilius, dessen Augen vom Ganzen auf das Pergament starren, unangenehm brannten, blinzelte ein paar Mal, dann nickte er und starrte sie ausdruckslos an. Äh, kann ich, kurz reinkommen? fragte Rosemary und machte, ohne auf eine Antwort zu warten, die Tür hinter sich zu. Xenophilius nickte nur. Rosemary zog sich Reginas Stuhl ran, setzte sich ungefragt vor Xenophilius' Schreibtisch und schob ein Tütchen Cracker und ein Paket Cheddar-Würfel über den Tisch. W-w-was? Xenophilius war immer noch sehr überrascht von Rosemarys plötzlichem Erscheinen. W-w-was machst du hier oben? fragte er. Ich wollte mal nach dir sehen, antwortete Rosemary. Hab lang nichts von dir gehört und Regina hat sich vorhin lauthals über dich beschwert, dass du nicht zur Arbeit gekommen wärst. Da dachte ich... Ach, diese blöde Ziege! zischte Xenophilius. Ja, jetzt bin ich ja da. Siehst du, ich arbeite und arbeite und alles ist gut. Rosemary zog die schwarzen Brauen hoch und grinste überrascht. Plötzlich bemerkte Xenophilius, wie unfreundlich das gewesen ist. Ja, entschuldige Rosemary, ich... Er lehnte sich an die kühle Steinwand. Ich habe heute einfach einen schwierigen Tag. Danke für das Essen. Sie nickte, immer noch sanft lächelnd. Ich sehe schon... Aber... Sag mal... Bist du schon weitergekommen? Xenophilius runzelte die Stirn. Wobei... Also, eine Rede habe ich schon fertig, wobei ich mich frage, warum der Zaubereiminister die Kürbisernte verbieten will. Ich habe fast keine guten Argumente dafür gefunden. Kannst du dir vorstellen, dass es nie wieder Kürbisse... Mit deiner Suche, meine ich. unterbrach ihn Rosemary. Nach Theo. Xenophilius starrte sie an. Sie hatte einen wirklich hübschen Hals, so schmal, und dann auch noch durch einen schwarzen Rollkragen in Szene gesetzt. Filius... Sagte Rosemary jetzt ein wenig lauter. Hast du was von Theo gehört? Was? Nein, nein, also ich... Xenophilius dachte nach. Also, ich denke, er ist im Ausland oder so. Ist ja öfters mal weg. Urlaub. Oder geschäftlich. Rosemary nickte, doch sagte nichts. Sie blickte Xenophilius nur prüfend an. So, für alle Leute, die bis hierhin noch etwas verwirrt waren, die wissen jetzt wahrscheinlich auch ziemlich eindeutig, dass mit Xenophilius Kopf was nicht stimmt. Denn der Bruch von ich muss unbedingt rausfinden, was mit meinem besten Freund ist, hin zu ja, der ist bestimmt im Urlaub. Ist ganz schön krass. Also da haben wir uns dann auch schon dafür entschieden, das sehr deutlich zu machen. Auch wenn ich mich daran erinnere, aber das kommt jetzt noch, also das folgt noch, wahrscheinlich erst in der nächsten Folge oder übernächsten Folge vom Montag. Zwar sprechen wir tatsächlich darüber, dass wir selbst teilweise verwirrt waren. Wann erinnert er sich wieder und wann vergisst er wieder was und wann erinnert er sich wieder und wann vergisst er wieder was. Das hat uns selber dann irgendwann so verwirrt, dass wir Xenophilius ähnlich wurden. Ja, also es braucht auf jeden Fall jedes Mal auch von mir oder ich glaube auch von uns, wenn wir darüber quatschen, schon auch einen großen, ja, kognitiven Aufwand, sich in dieses Gefriemel hineinzudenken. Es hat am Ende alles einen Sinn, aber ich glaube auch diese Szene hier ist ein gutes Beispiel dafür, dass was wir auch von euch, die das hören wollen, und zwar, ja, man kann diese Fanfiction natürlich beim Einschlafen hören, so, wenn man gerne in dieser Harry-Potter-Welt ist, aber für die Leute, die eben auch Bock haben, ja, so ein bisschen tiefer gehend an dieser Geschichte teilzunehmen, kann man hier auch ganz gut merken, dass das auf jeden Fall auch unser Anspruch ist, weil in dieser Szene passieren ja auch viele Sachen gleichzeitig. Also es ist einmal, dass man merkt, Xenophilius driftet ab, Xenophilius ist sehr geladen, reagiert irgendwie über, als es um Regina geht, und das, ne, und da kommt eigentlich eine sehr nette Person rein, und was wir jetzt gleich auch noch hören werden, ist so, dass sie ja auch irgendwie ganz sweet zu ihm ist, und er irgendwie diese Signale so gar nicht checkt, und, ähm, ja, sondern so in seinem eigenen Film ist, und dann eben auch so Sachen sagt, wenn man da aufpasst, ich weiß nicht, ob es jemandem von euch aufgefallen ist, aber wenn man aufpasst, ist das ja schon ein totaler Stuss, den er sagt, also dieses, ähm, den Verbot von Kürbissen, also, das haben wir, wir haben uns da auch echt lang überlegt, was nehmen wir da für Sachen, die wirr klingen können, und ich glaube, in der magischen Welt Kürbisse zu verbieten, die da ja einen riesen Stellenwert haben, ist schon so wirr, aber er sagt das mit so einer Selbstverständlichkeit, dass man es in dem Moment vielleicht gar nicht so sehr hinterfragt, sondern erst, wenn man wirklich drüber nachdenkt, denkt, jetzt im Moment mal, was labert der da gerade? Kürbisernte verbieten? Ja, Kürbis, genau, Kürbisernte verbieten, und, ähm, ja, und die gute Rosemary ist jetzt eigentlich gerade ganz sweet zu ihm, und, äh, irgendwie verbockt's er gerade so ein bisschen. Naja, beziehungsweise, er geht einfach auch nicht auf das Problem ein, ne, weil sie sagt ja, was ist jetzt mit ihm? Genau, genau, das kommt noch dazu, das ist noch eine weitere Ebene, das, was Lena gerade eben auch gesagt hat, so, dass er anfänglich ja total, wo ist Xenophilio, was ist mit Xenophilius los, ich muss ihn unbedingt finden. Skifter, 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 Skifter. Frage ist, wie oft habe ich Signale bei Flirts nicht richtig gedeutet? Ja, naja, also eindeutig flirtet sie ja nicht, also sie will mir auch einfach helfen, so ist, das ist ja auch immer das Problem, dass viele Männer Sachen als Flirt interpretieren, obwohl man einfach nur nett zu ihnen ist. Ja, es gibt beides, es gibt ja auch, also ich, ich, ich habe auch schon oft einfach Flirt-Versuche überhaupt nicht als solche gedeutet, und habe umgekehrt Sachen gedeutet, die vielleicht gar nicht so haben, ja. Und Leon, oh naja, ich verschlachtet mit dir. What? What? Kaffee trinken? ich mag Kaffee nicht. Ich glaube, wenn einer Kaffee mag, da wirst du das. Okay, also, Leon, los, jetzt hier nicht, also passend zu dem, wie wir gerade drauf sind, wenn du prokrastinierst, ja, was ist das, was dich da am meisten kriegt? es gibt ja Sachen, was das ist. Naja. Weil kein Plan, was prokrastinierend ist. Okay. Das ist so ein Wort für schlau, du weißt doch, Lena, mit wem du es hier zu tun hast. Naja, also, ich meine, Xenophius macht ja auch gerade irgendeinen Kram, und wir merken ja auch, dass er irgendwie so eine Art Kater hat, so wie er sich fühlt, und er schiebt halt viele Sachen irgendwie vor sich her, und denkt halt, und kriegt halt nicht so wirklich was gebacken. Das ist so ein bisschen, prokrastinieren ist so ein bisschen, wenn man Sachen vor sich her schiebt, und sie nicht wirklich macht. Ja, ja. Und da gibt es ja so ein paar Sachen, die einem so, die einem dazu verhelfen, zu prokrastinieren. Also, was ist das, was so dein guilty pleasure ist in dem Fall? Okay, warte, ich muss es kurz noch richtig verstehen. Also, du meinst, wohin ich ausweiche, um Sachen zu umgehen? Genau. Ja, also, zum Beispiel, ich gucke Drag-Videos, und zwar sehr viel. Drag. Wenn ich, anstatt andere Sachen zu machen, die ich eigentlich machen müsste. Mhm, okay. Ähm, das ist, wenn ich Sachen verdrängen möchte, ja, ist, Ich meine, das machst du ja auch nicht so oft. Ja, genau, genau. es gibt bestimmt mal Momente, wo du so merkst, boah, eigentlich hätte ich jetzt dies oder jenes machen müssen, aber ich habe eine Stunde lang TikTok. Okay. Nee, dann zocke ich, dann zocke ich. Also, ja, also ich bin gerade auch in so einer Phase, wo ich mir so Social Media, also TikTok habe ich eh nicht, aber so auch Insta-Feed auschecken und so, ähm, nicht mehr so mache, weil ich schon merke, so, das geht mir sehr aufs Gemüt. Ähm, so Informationen, manche Seiten checke ich dann schon ab, aber so Flucht, also so gedankliche Flucht oder auch mal vor Sachen fliehen, ist ja eine total gute Sache oder ist oft auch, glaube ich, wichtig, ähm, im gewissen Maße und dann ist bei mir eher so, zocken, so, also Computer spielen oder irgendwas auf dem Handy spielen, ähm, das ist so mein, meine, meine Flucht, ja. Also früher sehr stark gewesen, weil ich bin ja jemand, der, äh, also es gibt, es gibt ja ganz viele verschiedene Arten, ne, von, von, äh, davon, also viele, keine Ahnung, so harte Formen, wie wenn man es, äh, mit Alkohol macht oder mit Drogen oder mit irgendwelchen anderen Sachen, also jetzt so die, die harten Sachen und dann gibt es eben so, Leute flüchten in Geschichten, lesen oder Hörbücher hören oder was auch immer, ähm, und früher war das auch schon immer bei mir eher so, zocken, so, aber ich war nie so der Hardcore-Zocker, sondern immer, also, nur phasenweise, weil, ähm, wenn ich verloren habe, habe ich meistens dann auch, bin ich dann sauer, ich kann nie lange zocken. Ja, also, ich hatte mal Freunde, die wirklich so, die so richtig, richtig gute Zocker waren, aber ich bin jemand, wenn ich so ein Game gespielt habe, bin ich so, ah, gut ist, so, und, ähm, ja, das ist so, bei dir, Lena, was ist das bei dir? Achso, hast du ja gerade gesagt, Drag-Videos gucken. Naja. Okay, cool, ähm, wir hören weiter. Dann stand sie ruckartig auf, warf sich ihren schwarzen Umhang über die Schultern und blickte sanft auf Xenophilius herab. Äh, ich bin heute Abend im tropfenden Kessel, falls du auch Lust hast, wenn du mal diesen Stapel hier hinter dich gebracht hast. Sie zwinkerte. Xenophilius schob die Brauen zusammen. Wenn ich dann mal. Ja, ich schaffe das schon und trinken tue ich ja heute ganz sicher nichts mehr. Rosemary nickte verwundert, dann öffnete sie die Tür. Xenophilius wollte sich gerade wieder zur Rede, wenden, als Rosemary sich noch einmal umdrehte. Ach ja, Filius, wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Du weißt ja, wo ich bin. Dann rauschte sie davon. Tja, naja, war schon, war schon auch flirty. Auf jeden Fall, wie ich es gesprochen habe. Ich bin heute Abend da und er, der Depp, der dann so, ja, trinken tue ich heute Abend auf jeden Fall nicht. Also, come on! Ja, er ist schon ein bisschen uncool, ihr gegenüber, leider. Das muss man schon sagen. Wollte ich nur noch mal klarstellen. Gucken, wo er hinhaut. Inofilius brütete weiter über seinen Unterlagen. Doch das Vorankommen gestaltete sich immer schwieriger. Oft vergaß er, sobald er einen Gedanken gefasst hatte, die Feder mit Tinte zu benetzen, woraufhin diese beim Aufsetzen und Schreiben Löcher in das Pergament kratzte. Manchmal schweiften seine Gedanken ab, dann überlegte er, was wohl die ein oder andere Studienkollegin aus Colchester Quilts zu einer bestimmten Formulierung sagen würde, oder er starrte einfach an die Decke. Als er endlich den Stapel abgearbeitet hatte und in den Fahrstuhl nach oben stieg, glühten seine Wangen vor Müdigkeit und seine Hand schmerzte. Es war bereits kurz vor Mitternacht, als er ins Atrium trat. Im Ministerium war es ruhig geworden. Nur noch vereinzelt huschten hier und da ein paar Hexen und Zauberer hin und her. Love, Gott! Dröhnte eine Stimme hinter ihm. Der Zaubereiminister persönlich stapfte auf ihn zu. Ich musste gerade richtig laut auflachen, als ein Mensch im Aufgetreten ist. Das ist so super, dieser Typ. Ey, es ist immer wieder eine Freude, den zu hören, muss ich sagen. Ja, er ist ein total bildlicher Charakter. Mega, du siehst du. Ich stelle es mir auch vor, wie es krass heilt in dem Atrium. Alle drehen sich so kurz um, aber ihm ist es scheißegal. Er rollt nach vorne. Ja, Mann. Richtig gut. Ich hätte noch eine kleine Frage, aber die hat eigentlich zu der Szene davor gepasst, aber ich wollte mich zweifal mal fragen. Aber bevor wir weiter mit Menschen machen, dachte ich, frage ich sie noch mal. Weil wir hatten ja jetzt irgendwie, dass Xenophilus schreibt über eine neue Auffangstation für gestrandete Wassermenschen und er schreibt über diese Kürbisernte und so. Und da habe ich kurz gedacht, wenn du in der Schule oder keine Ahnung wo ein Referat halten müsstest über eine Sache aus der magischen Welt, über was würdest du ein Referat halten? Über Okay. Joa, da bietet sich viel an. Also ich habe eine ähnliche Frage an dich. Die stelle ich gleich. Die ist aber ein bisschen abgewandelt. Aber ich versuche erstmal. Also ich würde ein Referat über ja wahrscheinlich so Todesser halten. Ja, es ist jetzt erstmal so unspannend gesagt, aber ich glaube, was ich daran spannend finde, ist so, dass ich bis heute oder auch in der Fanfiction mir sehr, sehr viele Gedanken darüber mache, wie werden die Leute überhaupt zu Todessern und was ist deren Antrieb? Und das ist so eine Sache, die ich ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht ganz durchstiegen habe. Abgesehen davon, dass, sagen wir mal, so ganz einfache Muster dann zu Vorschein kommen, irgendwie vielleicht nicht das beste Ego zu haben und dann sich einfach irgendwelchen Gruppierungen anzuschließen, die Minderheiten unterdrücken, um sich selber stark zu fühlen. So, das ist ja bei, genauso wie Leute, die die AfD wählen oder die irgendwie rechtsradikal sind oder so, ist ja ganz oft so dieses gleiche Muster. und genau, und das finde ich spannend, aber bei den Todessern habe ich noch nicht so ganz raus, was die Beweggründe sind, so wie, ja, also dürfen, also Muggelmenschen dürfen keine Zauberer sein oder so oder magisch sein oder so und die bedrohen uns oder bla bla bla. Also, genau. Ja, stimmt, das finde ich auch sehr schwierig, weil Joanne K. Rowling hat das so ein bisschen angerissen, dieses Rassending, aber am Ende hat sie die einfach nur sehr bösartig gezeichnet. Ja, du hast am Ende, genau, du hast am Ende halt eigentlich nur Voldemort, der irgendwie Unsterblichkeit erlangen will und das ist dann der Antrieb und die anderen haben einfach nur Angst vor ihm und deswegen sind sie Anhänger und ein bisschen fehlt da was. Aber ich glaube da, aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt und ich glaube eine Aufgabe für uns ist es auch das ein bisschen herauszufinden und deswegen haben wir ja auch Florence McNair zum Beispiel geschaffen und da werden wir mal sehen, was die noch mitbringt. Oh, das ist cool. Eine ähnliche Frage an dich habe ich gleich, aber wir hören erstmal noch die Szene hier. Alles klar. Und dann kommt die Frage. An seinen alten Antlitz bemerkte Xenophilius, dass Mündschim wohl nichts von seinem späten Arbeitsbeginn am heutigen Tag mitbekommen hatte. Sie fleißiger Elfsee, lachte der Minister und klopfte vergnügt auf Xenophilius' Schulter. Immer noch am Schuften, ha? Machen Sie gerade Feierabend? Xenophilius nickte vorsichtig lächelnd. Ja, wollte gerade. Dann verstummte er. Nach Hause, beendete Mündschim den Satz wieder. Na, da sind Sie ja optimistisch. So ganz ohne Umhang. Es regnet draußen. Ohne was? Xenophilius, der sich automatisch abgetastet hatte, merkte, dass er seinen Umhang im Büro hatte liegen lassen. Oh, ähm, ja, ich bin ohne Umhang hergekommen. Da, dumm von mir. Mündschim blickte erstaunt. Naja, Sie sind ja noch jung, aber nicht, dass Sie sich einen Husten einfangen. Ich brauche Sie. Xenophilius nickte artig. Apropos Husten. Sie haben mich da letztens ganz schön auf die Palme verbracht. Musste extra jemanden kommen lassen, der mich von meinem Hustenhalbfall erlöst hat. Lass, lass Ihnen eine Warnung sein, Laufgut. Was Sie nichts angeht, geht Sie nichts an. Sie wollen ja nicht, dass der gute, alte Mündschim wegen Ihnen erstickt. Bei den letzten Worten war Mündschim ungewöhnlich ernst geworden. Also, machen Sie's gut. Ich muss jetzt nach Hause. Tochter feiert Geburtstag. Ich schenke Ihnen Besen. Die ist ganz vernaht in Quidditch. Bis morgen. Xenophilius nickte nur und blieb verdattert stehen, als Mündschim sich zu einem Kamin begab. Ach, Laufgut. Eins noch. Ich find's toll, dass Sie sich hier bei uns so wohlfühlen. Aber nächstes Mal. Er nickte zu Xenophilius' Füßen. Bitte wieder in richtigen Schuhen. Wir sind hier nämlich im Ministerium. Dann verschwand er in den smaragdgrünen Flammen und ließ Xenophilius im menschenleeren Atrium zurück. Dieser starrte an sich hinab und blickte auf seine orange-grau karierten Hauspantoffeln, die er den ganzen Tag an den Füßen getragen hatte. Zu Hause angekommen? Ja, da ist er jetzt gleich wieder zu Hause. Aber wir sind erstmal im Ministerium fertig und halten fest, Xenophilius scheint sehr verwirrt zu sein, hat komische Klamotten an und ja, da scheint einiges schon im Argen zu sein. Da werden wir auf jeden Fall gespannt sein, wie das weitergeht. Aber ein Satz, den Mündschim gesagt hat, vielleicht kann der ein oder andere oder die ein oder andere unter euch das heraushören oder sich zusammenreimen, denn er sagt etwas über den Moment, wo er Xenophilius, ja, wie soll man das jetzt richtig ausdrücken, vielleicht ein Geheimnis gesagt hat über die Unrechtlichen. Ja, er hat auf jeden Fall zu viel verraten, oder? Er hat zu viel verraten und hat sich deshalb verschluckt und Leute, die unsere Fanfiction hören, können vielleicht sich schon etwas zusammenreimen und wer sich zusammenreimen kann, was es damit auf sich hat, der schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und wir sind nämlich heute schon am Ende dieser Folge angelangt und die Frage, die ich an dich habe, Lena, damit werden wir die nächste Folge starten. Also schreibt dir das groß hinter die Ohren. Leon, Frage stellen an mich, dass wir das direkt... Okay, ich habe auch noch eine, die ich auch dir dann einfach am Anfang stelle. Ey, das können wir nicht vergessen. Also, die nächste Folge beginnt auf jeden Fall mit Fragen. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Schreibt uns wie immer gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Vielleicht wird dieser Podcast irgendwann mal auch auf anderen Plattformen stattfinden. Da arbeiten wir gerade auch dran. Dann hoffe ich, hat es euch da gefallen. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis jetzt hier dran bleibt. Ihr findet uns auf Instagram. Ihr findet uns überall, wo man uns finden kann. Facebook, Instagram, YouTube sowieso. Und Lena, vielen Dank fürs mit mir zusammen hier durchgehen. Ich würde sagen, die letzten Worte gehören dir und wir hören uns dann bei Folge 17 wieder. Lieber Leon, das war's nun. Jetzt werden wir was anderes tun. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Habt's gut, allemal. Mo Entertainment Lass uns was hören.